Auf der Bühne hinter mir findet am 28. November das Top of the Mountain Opening Concert mit den Beach Boys statt. Die kalifornischen Rocker sind seit mittlerweile mehr als fünf Jahrzehnten erfolgreich. Brandneu hingegen ist dieses Album, das erst am 20. November erschienen ist. Wir verlosen drei exklusive Alben vorab und zwar an Sie, liebe Zuschauer. Mitmachen ist ganz einfach, schreiben Sie uns eine E-Mail an eingeblendete Adresse und nennen Sie uns Ihren liebsten Beach Boy Hit. Viel Glück!